Jochi Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Super Mario CD World. Hier an diesem Level hänge ich ein bisschen. Aber manchmal so die Steuerung ein bisschen öffnen. Soll ich denn da hinkommen? Ja, ich muss tatsächlich mit dem Gamepad das Bild machen. Hier, also auf dem Gamepad tippen. Ich glaube, ich mache es aber ein anderes Mal. Das holen. Und ich habe tatsächlich so ein Item bekommen. Ja toll, weil ich jetzt auf den Gamepad geguckt habe. Und ich muss sagen, irgendwie habe ich geguckt. Oh je, jetzt nochmal. Gut, sammle das hier nochmal ein. Also es hilft uns ein bisschen schon, weil... Und ich möchte auch mal das Level beenden. Oh nö, das heißt, ich muss nochmal den Stern da holen. Ist zwar eine tolle Sache, dass man den Gamepad da so nutzen kann, so sagen, aber... Ja, ich pulsete gerade diesen kleinen Gemuss weg. Aber irgendwie, naja... Ich habe mich eigentlich aus dem Spiel rausgerissen und... Ich schätze mal, ich schätze mal, ich könnte mal da rüberspringen, aber irgendwie haut das mit der Pest hier nicht so hin. Und ja... So, ich schätze mal, ich könnte mal da rüberspringen, aber irgendwie haut das mit der Pest hier nicht so hin. Blind... Blind? Und ich könnte sagen, sehr blind. Aber trotz allen leichter... Also leichter Zahnarbeits... Legion of Santa, Breeze of the Wild, und äh, und, äh, und, äh, und Xenoblade Connick Ross. Und, äh, ich sollte mal vielleicht mal angewöhnen, auf die Schatten mal zu schauen. Dann sehe ich auch, wo Peach steht und sowas. Und anscheinend ist dieser Kanuki-Anzug oder Waschbären-Anzug. Moment mal, kann ich eigentlich nicht mit der fliegen? Ja, ich muss jetzt gerade auf den Gamepag gucken, Leute. Hm, jetzt nicht mehr. Jetzt komme ich wieder auf den Gamepag. Und muss man mal loslassen und aufpassen, dass ich nicht daneben springe. Und eigentlich haben wir es geschafft. Aber es ist irgendwie keine schlechte Idee, dass man auch den Gamepag da mehr oder weniger einsetzen. Muss aber irgendwie auf der einen Seite... Moment mal, kommt da tatsächlich was aus Maurits Schuhen raus? So, das ist ja wahr heißen. Wo ist denn? Aber Pansom, äh, äh, ja, das habt ihr mir schon mal gesagt. Äh, so, ja. Berühr, um einen Beitrag zu verfassen. Okay. Äh, ja. Jetzt seht ihr das live und ich hab keine Ahnung, was ich schreiben soll. Hi, guys. Ja, das ist doch mal eine gute Idee, oder? Oder einfach, hi, Leute. Würde ich das mal annehmen. Und ich werde nicht Läutinnen schreiben, weil das ist lächerlich. Äh. Gibt es überhaupt diesen Ausdruck? Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Gut, ich hab's. Und, ähm. Äh. Der ist süß. So. Ja, hat gar keine Spoiler, Leute. Also keine Sorge, warum soll ich spoilern? Der von ihr Elf. Fasziniert wurde erfolgreich gesendet. Okay, dann jetzt mal weiter im Text. Versuche auch in der anderen Elf in den Bildschirm zuerst, wo du mich so pusten sollst. Vielleicht geschieht was. Okay. Ich soll ja pusten. Pff. 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 Hm, da könnte ich ja hin, weil ich will mal wissen, was das hier ist. Nee, nee. Mal sehen, was das für eine Welt ist. Eigentlich soll ja mal langsam mal wieder aufhören. Pff. Und der politische Schattenspiele. Ah. Woa, 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 woa. Okay. Was hat das jetzt mit diesem Schattenspiele in der Aufsicht? Naja, das hätte ich wohl früh genug erfahren. Oha. Ach so. Cool. Das gefällt mir sozusagen. Die Schatten zeigen, hier ist ein Heim. Hier ist... Ähm. Da war die Kamera ein bisschen arschig. Hm. Machen wir es mal so. Aha. Sind wir wieder Katzen? Also, es ist aber wirklich okay. Ich hatte zwar... In den vorigen ein paar Schwierigkeiten gehabt. Also... Tatsächlich hier... Auf dem Gamepad gucken, um zu sehen, wo man hin muss. Irgendwas? Ja. Hm? Was ist das denn hier? Nichts. Wie schließend sieht man das hier so? Seht ihr hier? Da seht ihr so das... Da hebt sich das irgendwer vor. So bei manchen Stein. Hm. Wo, 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 wo. Vorsicht. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Und da ist eine Türe. Das ist... Okay, gehen wir mal rein. Okay. Geil, als ob es Schattenspiele Sinn gibt. Wie geil ist das denn? Das ist ja geil. Ähm. Hm. Das ist doch, dass das ein Geheimnis ist. Aber da war ein Stempel. Und, äh, das ist eine Tür. Und, äh... Wie öffne ich die Tür? Ja, toll. Hä? Ernsthaft? Ach so, äh, irgendwie Y-Halten. Äh, da sind Augen, wie mich am gucken. Was ist das? Na, raume ich erst mal aus dem Weg. Eigentlich war das nicht gewohnt. Okay. Ah! Lass los! Jetzt muss ich mich überheulen. Da ist hier ein Geheimgang. Hä? Äh. Was? Okay. Jetzt aber schnell. Och man, dieses Mensch. Muss ja leider das nochmal machen. Weil dafür hab ich echt nicht die Zeit. Ach man, aber ernsthaft. Das mit der Zeit ist ätzend. Da kann man sich nicht in Ruhe umschauen. Ich meine, bei Super Paper Mario haben sie das nicht. Bei Super Galaxy haben sie es auch nicht. Auch bei 2 nicht. Warum haben sie es hier? Warum haben sie hier den Scheiß? Da muss ich echt sagen, warum? Warum? Ist das ein Hamster? Ach. Okay. Geh mal rein. Ah, nö. Da verheil ich doch den Film. Äh, lieber das Blatt. So. Ich beende mal wieder den Part, Leute. Also, wir sehen uns dann. Sieh mal, dann eh. Also, wir sehen uns dann. Okay. 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 Okay.